Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie sie in HTML Formulare erstellen können und von daher legen wir sofort los und ich habe hier verschiedene Beispiele, einfach erstellen und wir werden einfach, ja, zusammen, ja, anschauen. Das erste Formular fängt einfach da und endet hier und es geht einfach um ein Formular, wo wir einfach als Type Date haben. Also Date ist einfach das Datum, wo man einfach das Datum zum Beispiel, das Geburtstagdatum einfach angeben sollte, wo es gefragt wird, wo das, ja, solche Formulare haben Sie schon gesehen. Man füllt das Formular und man, es wird einfach gefragt, um solche Geburtstagdatum einfach anzugeben und Sie können einfach, es gibt einfach viele Formen, wo wir einfach, ja, das Datum angeben könnten, entweder in solchen Formen, wie Sie einfach auf dem rechten Satz sehen oder in solchen Formen einfach mal. Also, und von daher, so können Sie einfach, ja, solche Formulare so erstellen, einfach, ja, der Unterschied steht einfach hier, wir haben zum Date hier, anstatt Text, wie wir bis jetzt gesehen haben, haben wir hier Date und von daher können Sie einfach, ja, so erstellen. Und wenn Sie einfach, ja, da drücken, dann haben Sie auch, ja, die Möglichkeit, einfach Ihr Datum einfach auszusuchen, zum Beispiel am 9. dann suchen Sie sich einfach alles drin und wenn Sie fertig sind, dann haben Sie einfach auf diese Button hier zum Absenden und so können Sie einfach solche Formulare erstellen. Also, und wenn Sie einfach auf den Senden drücken, dann wird einfach das Formular an diese Seite hier, an PHP, einfach weitergeleitet. Also, und was hier in dieser Datei ist, werde ich euch irgendwann nochmal genau erklären, wenn Sie einfach mit PHP schon angefangen haben, dann werde ich euch nochmal ganz genau erklären, was wir drin geschrieben haben. Das zweite Formular ist einfach solche Formulare auch, und Sie sehen, anstatt Date haben wir jetzt E-Mail, also es gibt auch solche Sachen, wo wir, wo es gefragt wird, geben Sie einfach Ihre E-Mail an und von daher, so können Sie einfach, ja, fragen, damit die Kunden einfach Ihre E-Mail einfach, ja, angeben können, auf das Formular angeben können. Und wir haben auch eine andere Form, das sind solche Formulare, wo einfach das Telefonnummer gefragt wird, dort den Namen und alles. Wir haben auch solche Formulare schon gesehen, also, wir können auch weitere Daten einfach hier weiter, wir können zum Beispiel sagen, ja, nicht nur die Telefonnummer wird gefragt, Name, Vorname auch, können Sie auch machen. Also, Sie können einfach nur diese Zeile kopieren, anstatt Drehfonds schreiben Sie einfach Name, Vorname und all das haben wir auch in der Lektor auch schon gesehen und wenn nicht, dann können Sie einfach die anderen Videos einfach angucken. Und solche Formulare auch haben hier auch, und ich wollte euch noch zeigen, es wird einfach gefragt, was Ihr Geburtsdatum, ja, wann Sie Geburtstag haben, Sie sollten auch gelten Namen und, nee, nicht den Namen, also das Datum einfach angeben. Also, hier auf dieser rechten Seite sehen Sie einfach das Ergebnis und Sie geben auch, Sie haben auch einen Kalender hier, wo Sie einfach die Sachen angeben könnten und von daher sehen Sie einfach zu erstellen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, weitere Formulare zu erstellen, zum Beispiel solche Formulare, wie Sie sehen schon, auf der Marsch-Seite haben Sie auch die Funktion Suche und so könnten Sie einfach diese Suchfunktion einfach auf Ihrer Seite ja erstellen und der Unterschied ist einfach hier, wir haben Suche. Also, Suche ist einfach Suche auf Englisch und von daher hier den Namen können Sie einfach, ja, Google Suche einfach angeben und Sie haben noch einen Button hier zum Absenden und so können Sie einfach solche Sachen erstellen und es wird einfach so aussehen, Sie geben einfach etwas hier zum Suchen und es wird einfach in Google gesucht und wenn es fertig ist, dann wird einfach, ja, das Ergebnis gezeigt. Ich freue mich am Anfang dieses Video mit euch getan zu haben.